Hallo und herzlich Willkommen zu HERST, dem Podcast der Kommunistischen Jugend Österreichs. In dieser ersten Episode wollen wir uns das Moderatorinnen-Team vorstellen und kurz erklären, was wir generell vorhaben mit dem Podcast und was auf euch zukommt als Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielleicht ganz kurz, wir sind jetzt ein vierköpfiges ModeratorInnen-Team und würde euch bitten, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellts. Ivan, vielleicht du als erster. Ja, ich bin der Ivan, ich bin 24 Jahre alt. Ich wohne seit einem Jahr circa in Wien, komme eigentlich aus Deutschland. Und ja, habe einen sogenannten Migrationshintergrund aus Ex-Jugoslawien, genau. Ja, hallo, ich bin der Leo, ich bin auch 24, wohne seit ein paar mehr Jahren jetzt schon in Wien, ursprünglich aus Oberösterreich und ich studiere hier in Wien. Grüß euch, ich bin der Stefan, ich komme aus Guatemala, bin circa schon zehn Jahre in Wien, bin A-Student und 25. Und ich bin die Lisa, komme auch ursprünglich vom Land aus Niederösterreich und wohne aber jetzt auch schon mehrere Jahre in Wien und ich studiere und arbeite nebenbei. Genau, also wir sind, wie gesagt, alle in der KJÖ organisiert. Die KJÖ ist die Kommunistische Jugend Österreichs, wie der Name sagt, sind wir eine kommunistische Jugendorganisation, die in mehreren Bundesländern und in Österreich vertreten ist. Wir sind in Innsbruck, Linz, Scherding, Graz, Wien und Eisenstadt vertreten. Vielleicht als nächste Frage, um uns ein bisschen besser kennenzulernen, warum seid ihr in der KJÖ organisiert? Bei mir hat das irgendwie erst relativ spät angefangen im Vergleich zu vielen von meinen Genossinnen und Genossen hier in der KJÖ Wien. Wir haben ja auch schon Leute, die viel früher, schon irgendwie mit vierten oder so zur KJÖ gegangen sind. Ich war, wie alt war ich? Ich glaube, ich war 22. Das hat bei mir irgendwie alles erst beim Studium angefangen. Ich habe halt irgendwie ein Schulfreund von mir halt dann ein bisschen bald nach Wien gezogen zum Studium und haben uns da heute mal getroffen und dann irgendwie über Politik geredet, wenn wir gemeinsam was gemacht haben. Und irgendwie haben wir dann irgendwann beschlossen, wir sitzen immer nur da und reden und machen nichts. Jetzt müssen wir auch mal schauen, dass wir was machen. Und der Weg, was zu machen, hat uns dann zur KJÖ geführt. Wie war das bei euch? Also bei mir war es so, ich war schon ein bisschen früher politisch aktiv, war da eher in antirassistischen Kreisen unterwegs. Genau, dann aber auch wieder länger nicht. Ich war locker zwei Jahre, habe ich dann politisch nichts mehr gemacht, bin dann nach Österreich gezogen und dachte mir, ja, mir fehlen ein paar Genossinnen und Genossen in der Uni, in der Freizeit, im Leben. Und genau, dann habe ich der KJÖ eine E-Mail geschickt, tatsächlich. Die haben mich zu einem Treffen eingeladen. Ja, und seitdem bin ich öfters gekommen. Das sind sehr nette Menschen. Und ja, ich kann es eben empfehlen, mir gleich zu tun. Ja, also interessant zu hören, wie ihr gekommen seid. Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich war tatsächlich in der Arbeit, ein bisschen genervt an dem Tag, beziehungsweise allgemein. Die Arbeit war ein bisschen anstrengend, schon länger her, ich glaube drei Jahre oder so. Und es gab halt einen Arbeitskollege, der tatsächlich organisiert war in der KJÖ. Und wir haben einfach immer wieder über Politik gesprochen und die Situation, ein paar Widersprüche in der Arbeit selber und so. Und es war halt irgendwie immer interessant zu sprechen, einfach über Politik. Und dass er ja so viel wusste über mein Land, also das Guatemala, und das fand ich irgendwie komisch, weil das passiert nicht so oft. Und ja, irgendwie fand ich das halt voll cool. Die Idee halt, dass Menschen hier auch so offen sind für Migranten und verstehen halt irgendwie meine Lage hier als arbeitender Student, der halt, ja, nicht so viel Geld hat und für sich und für andere kämpfen will und halt was ändern. Und das hat mich so motiviert und dann, ja, seitdem bin ich hier und versuche halt so aktiv wie möglich zu sein. Ja, bei mir war, also war das ähnlich wie beim Leo. Ich glaube, das kommt auch, also liegt auch an der ähnlichen geografischen Herkunft. Also ich habe mir gerade gedacht, wie du das erzählt hast, das war halt bei uns ganz schwierig am Land. Es gibt halt kaum Jugendorganisationen, wenn sind das halt sehr katholische oder schwarz gefärbte Organisationen. Und ich bin auch eigentlich, ja, sehr, ein bisschen eine Spätzünderin, auch dann erst vor ungefähr einem Jahr. Also ich war längere Zeit im Umfeld der KJTÖ und immer wieder bei Demos dabei und Aktionen, aber eigentlich erst seit letztem Jahr, also dem Roten Sommer. Das wird immer von der KJTÖ Wien organisiert, ist so ein Camp über Wochenende im Sommer. Wo jeder und jede herzlich eingeladen ist, teilzunehmen. Also es ist nicht nur für Mitglieder, sondern auch für externe Sympathisanten und Sympathisantinnen. Genau, und da bin ich dann irgendwie erst so näher in die Organisation reingekommen. Und genau, ich habe halt auch irgendwie den Sinn, also den Zweck, oder habe irgendwie die Notwendigkeit mehr gesehen, dass man sich organisiert und das irgendwie, war ich immer wieder mit meinen Mitbewohnerinnen politisiert am Küchentisch, aber das bleibt halt dann auch am Küchentisch. Es wird irgendwie einsam, irgendwie über längere Zeit, aber man hat nur das Gefühl, so wie es bei uns war, habe ich immer nur das Gefühl gehabt, es sind nur wir zwei. Und dann, wie wir zur KJTÖ gekommen sind, war das dann schon, also auf jeden Fall, ich meine, wie du vorher auch gesagt hast, gut Genossinnen und Genossen zu haben, Leute, die für dasselbe kämpfen, dieselben Vorstellungen haben. Und irgendwie von Anfang an ist es vielleicht, also jemand, der sich vielleicht irgendwie aus dem Bauchgefühl schon so empfindet, aber sich nicht wirklich auskennt oder irgendwie, oder irgendwie vom ersten Mal, wie wir halt da waren bei einem Treffen, habe ich sofort das Gefühl gehabt, das sind irgendwie Leute, die haben einen Plan, die haben ziemlich genaue Vorstellungen, wo es hingehen sollte und haben irgendwie auch eine Strategie, wie man das erreichen kann. Ja, und ich finde, man lernt halt, also man kriegt dann auch halt das notwendige theoretische Wissen auch gelehrt und sonst neigt man halt dazu, dass es irgendwie so eine Suderei wird und nie irgendwie fundiert man das argumentieren kann, warum halt die Situation einfach für Menschen, für junge Menschen wie uns nicht optimal ist, selbst in einem denkt irgendwie Land wie Österreich. Voll, ja. Und das hilft auf jeden Fall gegen die Ausweglosigkeit, die man irgendwo sieht, wenn man halt frustriert ist, wenn man denkt, es ändert sich sowieso nichts. Dann vielleicht noch als kurzer Teaser für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was kann man sich von dem Podcast erwarten? Was sind Themen, die euch interessieren oder wo ihr euch schon Gedanken gemacht habt, was vielleicht Inhalte der Podcast-Episoden sein werden? Ja, grundsätzlich haben wir es jetzt einmal so geplant, dass wir Leute einladen und mit interessanten Leuten sprechen werden, sowohl aus der Keutö als auch von außerhalb der Keutö. Ich zum Beispiel habe mit der Lisa schon gesprochen, mit dem Hannes Fellner, das ist ein Sprachwissenschaftler auf der Uni Wien zum Thema China, also der forscht zu chinesischen Sprachen und kennt sich in China sehr gut aus, wortet schon ein paar Mal da. Das haben wir schon gemacht. Was haben wir sonst noch so geplant? Ja, es ist auch eine Folge über die Wohnungsfrage im Allgemeinen und allgemein Städten geplant. Ich interessiere mich privat auch sehr viel für Stadtentwicklung, Stadtplanung und ähnliche Sachen. Da kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Und genau, sonstige Interessen von mir sind auch immer wieder China gewesen in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren. Und ja, was ich auch interessant finde, sind Themen wie Rassismus, Feminismus und Antisemitismus. Ja, aus einer marxistischen Sicht, da wird vielleicht auch was auf euch zukommen. Ja, voll. Also von meiner Seite, ja, ich meine, ich kenne ziemlich viele lateinamerikanische Menschen hier. Unsere Gruppe ist auch vielfältig und die sind auch irgendwie organisiert mit verschiedenen Gruppen. Ich würde auf jeden Fall voll gern dann mit denen auch über solche Sachen plaudern, wie schaut das aus in Mexiko gerade, in spezifischen Schulen oder das Thema Feminismus in Südamerika. Und wie die Menschen hier in Wien sich vielleicht Gedanken machen könnten, wie sie dazu was machen. Oder wie auch unser Leben überhaupt ausschaut hier in Österreich als Migranten. Das ist halt eher vielleicht mein Bereich. Ja, bei mir sind jetzt gerade Themen eben neben der China-Reihe mit dem Leo auch noch so gewerkschaftliche Kämpfe. Also es wird ein paar Folgen zu Gewerkschaften geben in Österreich, aber auch international und zu Arbeitskämpfen in Österreich. Und das Zweite vielleicht ist, was jetzt gerade noch ein bisschen untergegangen ist, aber was uns auch wichtig ist, dass wir immer wieder kulturelle Folgen aufnehmen. Da wird es auch Folgen geben, also zum Beispiel zu Austropop, österreichische Musik, historisch und heute. Und eine Folge ist auch geplant, mit einem Filmexperten aus der Karrientür gesprochen wird, wo es um Ideologie in Filmen gehen wird und wir über einzelne zuletzt erschienene Filme sprechen werden. Letztens habe ich mal für den Podcast gesprochen mit einem Genossen aus England über die Streiks, die da in den vergangenen Jahren auf der Uni stattgefunden haben. Ich habe auch seitdem schon eine Folge aufgenommen zur Westsahara mit einem Journalisten, der dort vor Ort war und in den Flüchtlingslagern dort unterwegs war. Ja, ich glaube, da kommt einiges auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Auf jeden Fall ist ja breit gefächert. Ja, gut. Dann bleibt uns nochmal zu sagen, eigentlich bis dann, oder? Bis bald. Genau, seid gespannt und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht. Ciao. Ja, servus. Ja, servus. Ja, servus. Und das ist der Teil unserer Zuhörer durch. Untertitelung des ZDF, 2020